genau ich habe noch ein bisschen equipment mitgenommen dreckiges wasser emf reader und bewegung sensor läuft die bewegung sensor haben wir ja auch musste drücken bewegung sender habe ich aber noch eine fotoapparat wer nimmt die fotoapparat das fotoapparat gerät der gerät der gerät ich habe das weiße gerät das buch und taschenlampe ja dann nämlich noch ein sensor mit brauchen wir das gelbe gerät nicht nach so doch kann man theoretisch mitnehmen ja nimmst du mit auf geht's freunde attack 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 wie heißt er noch mal unser freund holung dann geht ihr schon mal gucken unter der treppe ist stromkasten unter der treppe stromkasten steven jones roger haupt eingang kommt ihr zu mir ja ja 14,7 grad 15,13 hier hinten nicht wir können wieder nach vorne gehen entweder hier in der küche hier haben wir 13 grad oder oben oder oben ich gehe mal weiter checken schau mal schnell sagts und ähm ok gehen vor rotlampe 16 16 16 grad immer noch dachboden vielleicht alex wo bist du ich bin unten am lichtschalter danke roger hier oben ist es warm 15 grad ich vermute er hat die aktivität hier unten ja wir kommen runter anton hörst du uns ich habe den namen vergessen ich auch also oben hatte ich 13 grad hier unten 14 aber die tür steht auf kann durchzugeben hannes 12 grad hier küche hat die küche hat 12 grad komm mal hier hin oh ja hot 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 minus 11 minus 11 moment ich checke noch mal eben ich hatte gerade minusgrad definitiv geh mal ins badezimmer ich hatte hundertprozentig minusgrad hier müsste es wärmer werden nein minus minus 11 grad minus 11 grad hier hinten in den raum gefrier haben wir hier auf jeden fall beweis 1 gefrier also hier ist minus 11 grad ich gehe mal kurz ich gehe mal kurz zum truck also hinten der raum ist okay ja ich bin auf dem weg zum truck komm mal zurück ich hole mal noch eine kamera mit ich gucke mal eben nach aktivität nur eins im f reader haben wir bewegungssensor haben wir fest nur noch wasser im waschbecken fotografieren bewegungssensor habe ich schon ist schon installiert ob sich aktuell keine licht flackern gerade vielleicht sollten wir die kamera auf das kleine podester packen auf das rote ok ich gucke wegen fingerabdrücke fass bloß nichts an ha 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 äh welches protest gegenüber das rote regal da oh sekunde sekunde aktivität 4 muss hier bei uns sein äh frost atem frost atem ja gut gefrierbrand habe ich ja schon gesagt äh also temperatur ich komme zu euch rein warte bitte warum kamera neu positioniert moment jo aktuell gesamtaktivität null äh lichter flackern kamera ist top positioniert sehr gut aktuell keine orbs keine fingerabdrücke der sensor ging einmal kurz roger was ist denn das da für eine tür draußen aktivität auf 6 steve jones heißt der geist steve jones aktivität 5 0 keine orbs wir kommen erstmal zum truck negativ ich fahre los alles klar habt ihr denn das buch dahin gepackt das hat das sollten wir vielleicht gleich mal hin einlegen keine orbs sichtbar aktivität lange zeit jetzt auf null dann gehe ich mal hin und leg das buch hin ich komm mit alex 66 jesse 64 ist alles im rahmen wir brauchen ja noch die das foto waschbecken richtig ich versuche gleich noch mit dem zu sprechen ich versuche gleich mit dem zu sprechen ich habe den namen nicht ich habe den namen vergessen habt ihr auch gerade gesagt wie der heißt oder ich habe ihn aber auch vergessen machst du mal licht an alex kannst du uns hören ich lege das buch hin kannst du uns hören er kann uns nicht hören der war gerade am schalter ausschlag ausschlag kannst du uns hören ich bin tot ausschlag ausschlag tür ist offen wer ist hier drinne Scheiße, hau ab. Geist, geh weg. Go home. Komm mal raus. Okay. Hier bei mir. Hier bei mir. Welche ist denn hier bei mir, die Tür? Ich bin hinter dir. Ich komme da nicht raus, die Tür ist zu. Nein, die Tür ist offen. Ja, dann lass uns vorne raus gehen. Komm nicht raus. Wir gehen vorne raus. Okay. Oder hier. Oder hier. Jetzt siehst du die? Okay, anscheinend nicht. Dann lass uns vorne raus gehen. Alles ist tot. Lass mal an den Track gehen nochmal, Jessie. Check. Ich bin weg. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Aktivität 10. Aktivität 10. Licht aus. Der kommt. Du musst ein Bild drücken. Nein. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ex-Aliner. ach man überhaupt keine ambition da noch mal so rein zu gehen würde ich auch nicht machen der ist ziemlich aggressiv und das bedeutet dass es für mich eigentlich ein benji ist werden jetzt jesse kalt gemacht von einer tür hat dazu gemacht also wir haben gefriertemperaturen ja wieder bewegungsmeter hier du bist hinten raus alex ja ja das ist dann durchs haus weiter gegangen hat die tür zu gemacht also laut meiner idee her bin ich tot habe alles verloren was ich hatte und kann wieder von vorne anfangen aber ist nicht schlimm entweder ein phantom oder ein benji ich gehe stark von benji aus weil benji ist dann aggressiv beziehungsweise wenn das kruzifix anders ist es nicht aggressiv und das habe ich vor allem habe ich jesse fotografiert und bei dem foto steht da toter körper ja verstehe ich auch nicht geister orb sehen wir leider nicht fotografieren sie das phantom verschwindet ist temporär wobei warte mal nehmen sie hart 51 prozent senkt ihren verstand stark wenn sie das phantom anschauen ich bin benji bei benji ich gehe safe auf benji ich habe benji eingeloggt warte kurz ja ja gut ok ich glaube aber ich krieg versicherung kriege ich 200 euro wieder oder 200 dollar dämon what the fuck